Goethe-Zertifikat A2, Modelltest 4 Hören, Teil 1 Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Und hier eine Information für die Besucher des Altstadtfestes. Wegen starken Regens findet das Konzert der Blues Company heute Abend nicht im Freien auf dem Marktplatz statt, sondern im Rathaus. Die Anfangszeit ist unverändert 20.30 Uhr. Vor dem Rathaus gibt es noch einige freie Parkplätze. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier eine Information für die Besucher des Altstadtfestes. Wegen starken Regens findet das Konzert der Blues Company heute Abend nicht im Freien auf dem Marktplatz statt, sondern im Rathaus. Die Anfangszeit ist unverändert 20.30 Uhr. Vor dem Rathaus gibt es noch einige freie Parkplätze. Die Anfangszeit ist unverändert 20.30 Uhr. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. In unserer Sendung Neues aus der Arbeitswelt sprechen wir heute mit Frau Naumann, die einen ganz neuen Beruf gefunden hat. Früher war sie Verkäuferin, aber als ihre Firma zugemacht hat, hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Heute macht sie Musik und gibt Musikunterricht. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Und hier das Wetter. So langsam geht der heiße Sommer zu Ende. Nach den starken Gewittern der letzten Tage wird das Wetter ruhiger. Es wird aber nicht mehr so heiß. Mit Temperaturen von 20 bis 25 Grad am Tag und 15 Grad in der Nacht können wir endlich wieder gut schlafen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Guten Tag, Herr Gerhard, hier Thomas Berger von der City AG. Herr Gerhard, es gibt leider eine kleine Änderung im Programm. Der Termin mit unseren Kunden am Freitag bleibt, aber wir treffen uns nicht um 15 Uhr, sondern schon um 10 Uhr. Das Treffen am Samstag haben wir dafür abgesagt. Wir treffen uns im Hotel vier Jahreszeiten. Das hat sich nicht geändert. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Herr Gerhard, hier Thomas Berger von der City AG. Herr Gerhard, es gibt leider eine kleine Änderung im Programm. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Meine Damen und Herren, und hier noch ein Programmhinweis. Bitte achten Sie auf folgende Programmänderung. Heute Abend können Sie den Kinofilm Avatar leider nicht sehen. Sie sehen dafür heute Abend nach dem Wetterbericht eine Fußball-Sondersendung zur Europameisterschaft. Den Film wiederholen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Bitte schauen Sie in Ihre Programmzeitschrift. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Meine Damen und Herren, und hier noch ein Programmhinweis. Bitte achten Sie auf folgende Programmänderung. Heute Abend können Sie den Kinofilm Avatar leider nicht sehen. Sie sehen dafür heute Abend nach dem Wetterbericht eine Fußball-Sondersendung zur Europameisterschaft. Den Film wiederholen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Bitte schauen Sie in Ihre Programmzeitschrift. Ende Hören Teil 1 Hören Teil 2 Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wer bekommt welches Geschenk? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus. A bis I Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo Tom, gut, dass wir uns sehen. Du, Frau Schneider, meine Deutschlehrerin, hat mich am Samstag zum Essen eingeladen. Und ich weiß nicht, was ich ihr und ihrer Familie mitbringen soll. Kannst du mir helfen? Du kennst sie und ihre Familie doch ganz gut. Ja klar, ich weiß, dass sie Blumen mag. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Okay. Sie hören jetzt den Text. Aber ihr Mann, ich kenne ihn gar nicht. Er hört gern Musik, aber was genau weiß ich nicht. Besser du schenkst ihm ein Buch. Er mag Krimis. Und für die Kinder habe ich auch schon eine Idee. Super. Und was? Also, Maya mag Hip-Hop. Ich möchte ihr eine Musikzeitschrift mitbringen. Für Nadine ist das weniger etwas. Sie macht gern etwas mit ihren Händen. Basteln? Malen? Ja, sie malt sehr gern. Dann wären ein Malkasten, Farben und Pinsel doch etwas. Genau. Und dann ist da noch Emil. Er ist erst acht Jahre alt. Aber ich habe das Gefühl, er spielt nur noch an seinem Handy. Dann bringe ich ihm Octo mit. Das ist ein richtiges Kartenspiel. Okay. Habe ich jemanden vergessen? Oma Susanne. Für sie ist es nicht schwierig. Sie liebt Kuchen und Torten, macht sie aber immer selbst. Dafür braucht sie zum Beispiel richtig gute Schokolade. Ende Hören Teil 2 Hören Teil 3 Sie hören fünf kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Guten Tag. Ich möchte gern Schuhe kaufen. Hier im zweiten Stock gibt es doch Kleidung. Ja, aber keine Schuhe. Die finden Sie einen Stock tiefer. Und Sportschuhe? Für Sportschuhe müssen Sie ins Erdgeschoss. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Habt ihr ein Glück? Tolles Wetter und morgen fahrt ihr weg? Ja, ich freue mich schon so auf den Urlaub. Fliegt ihr wieder nach Berlin oder nehmt ihr dieses Mal das Auto? Nein, dieses Jahr nehmen wir den Zug. Die Flüge waren zu teuer. Dann schönen Urlaub. Danke. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gern ein Hähnchen mit Reis. Oh, tut mir leid. Die Küche ist schon geschlossen. Wir haben nur noch die Tagessuppe und kalte Speisen, zum Beispiel Brot mit Käse. Was haben Sie für eine Suppe? Tomatensuppe. Dann hätte ich lieber ein Käsebrot. Kann ich dazu auch Tomaten haben? Natürlich. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Hallo, Jens. Die Sprachschule ist umgezogen. Weißt du das schon? Nein. Wo ist sie jetzt? Neben dem Supermarkt in der Kaiserstraße. Und wo genau? Zwischen dem Supermarkt und der Apotheke. Ende Hören Teil 3 Hören Teil 4 Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema heute ist Einkaufen im Internet. Markus, erzähl mal, kaufst du viel im Internet ein? Ja, immer mehr. Früher habe ich das nicht gemacht. Da war ich sehr vorsichtig. Aber jetzt mache ich das öfter. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema heute ist Einkaufen im Internet. Markus, erzähl mal, kaufst du viel im Internet ein? Ja, immer mehr. Früher habe ich das nicht gemacht. Da war ich sehr vorsichtig. Aber jetzt mache ich das öfter. Ja. Sie hören jetzt den Text. Und was kaufst du alles? Kleider, Schuhe, CDs, Bücher. Man hat keinen Stress. Man kann von zu Hause aus bestellen, muss nicht in die Stadt, in volle Kaufhäuser gehen und stundenlang an der Kasse warten. Markus, du hast am Anfang gesagt, dass du früher sehr vorsichtig warst. Was meinst du damit? Na ja, man muss natürlich beim Interneteinkauf vorsichtig sein. Wo kaufe ich ein, was ist das für eine Firma, wie kann ich bezahlen, bekomme ich eine Rechnung oder muss ich sofort Geld überweisen? Hast du hier schon schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, einmal habe ich Schuhe gekauft, bezahlt. Die Schuhe sind nicht gekommen und das Geld war weg. Ich habe mein Geld ins Ausland überwiesen. Da konnte ich nichts mehr machen. Hier habe ich zu schnell bestellt, auch weil die Schuhe sehr billig waren. Gibt es auch Sachen, die du nicht im Internet kaufst? Natürlich. Im Internet sollte man nur kaufen, wenn man genau weiß, was man will. Wenn ich eine Beratung brauche, zum Beispiel ein neues Handy möchte oder einen neuen Computer, gehe ich ins Fachgeschäft. Die Sachen sind dann natürlich teurer, aber man kennt den Verkäufer und wenn etwas nicht in Ordnung ist, kann man die Sachen sofort zurückbringen. Das ist im Internet nicht so einfach. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und was kaufst du alles? Kleider, Schuhe, CDs, Bücher. Man hat keinen Stress. Man kann von zu Hause aus bestellen, muss nicht in die Stadt, in volle Kaufhäuser gehen und stundenlang an der Kasse warten. Markus, du hast am Anfang gesagt, dass du früher sehr vorsichtig warst. Was meinst du damit? Na ja, man muss natürlich beim Interneteinkauf vorsichtig sein. Wo kaufe ich ein? Was ist das für eine Firma? Wie kann ich bezahlen? Bekomme ich eine Rechnung oder muss ich sofort Geld überweisen? Hast du hier schon schlechte Erfahrungen gemacht? Ja. Einmal habe ich Schuhe gekauft, bezahlt. Die Schuhe sind nicht gekommen und das Geld war weg. Ich habe mein Geld ins Ausland überwiesen. Da konnte ich nichts mehr machen. Hier habe ich zu schnell bestellt. Auch weil die Schuhe sehr billig waren. Gibt es auch Sachen, die du nicht im Internet kaufst? Natürlich. Im Internet sollte man nur kaufen, wenn man genau weiß, was man will. Wenn ich eine Beratung brauche, zum Beispiel ein neues Handy möchte oder einen neuen Computer, gehe ich ins Fachgeschäft. Die Sachen sind dann natürlich teurer, aber man kennt den Verkäufer und wenn etwas nicht in Ordnung ist, kann man die Sachen sofort zurückbringen. Das ist im Internet nicht so einfach. Das ist im Internet nicht so einfach.